Ein wunderschönen guten Tag, mein Lieben. Mein Name ist G aus dem Crypto Café. Ich bin euer Crypto-Tainer, informatives Entertainment statt trockene, langweilige Finanzberatung. Ich analysiere für euch hier täglich die fundamentalen Marktdaten, manchmal mit einer Brise leichter Sarkasmus. So, kommen wir zu den Tagesthemen. Denn wir haben eine leichte Erholung, in Anführungsstrich leichte, bei Altcoins und bei Bitcoin. Und zwar genau gestern Abend, punktgenau, da wo die FED, also die amerikanische Zentralbank, ihre Prognose, beziehungsweise ihre Stellung dazu genommen hat, wie die mit dem Tapering weiterverfahren. Tapering ist die Bezeichnung dafür, dass der Staat, also die Zentralbank, das Ankaufen von Anleihen, also Bonds, reduzieren. Ja, also praktisch das Gelddrucken verringern. Das ist Tapering. Und der Markt hat genau 1 zu 1 das erwartet, was nämlich die FED auch gesagt hat. Und deswegen ist auch da punktgenau, ne, dieser riesige Anstieg von ca. 10% eingetreten. Danach hat er Jerome Powell, ne, der Vorsitzende, noch eine Stunde lang Fragen und Antworten durchgeführt. Das habe ich mir tatsächlich auch erstmalig reingezogen. Das ist ein bisschen langweilig aufs Dauer, aber der Mann, der kann zumindest sehr gut reden, ja. Und das Einzige, was er da ein bisschen fragwürdig beantwortet hat, war bezüglich der Zinserhöhung. Ja, da wurde ihm gefragt, inwiefern die Zinserhöhung wie erwartet, nachdem das Tapering beendet ist, ja. Also praktisch nachdem der Staat aufgehört hat, Geld zu drucken, erst später, dass die Zinserhöhung kommt. Und da hat er gesagt, je nachdem, die werden das beurteilen, je nach der wirtschaftlichen Lage, kann es auch passieren, dass die Zinserhöhung schon früher kommt. Nämlich noch bevor das Tapering zu Ende ist. Und wie es letztendlich kommt, das weiß niemand, ja. Das heißt, monatlich gibt es ja eine Sitzung und entsprechend auch eine neue Beurteilung des Marktes. Und ja, wir werden sehen, wohin die Reise geht. Auf jeden Fall haben wir eine deutliche Erhöhung im gesamten Markt. Ja, nicht nur bei Bitcoin, auch bei Ethereum. Und das sieht man auch daran, dass die Altcoins fast alle im grünen Bereich sind. Ja, teilweise sogar im zweistelligen Bereich. So, hier ist die Nachricht nochmal für alle, wie immer. Dann verlinke ich für euch unter meinem Video sämtliche Quellen, über denen ich gesprochen habe. Könnt ihr gerne selbst nochmal durchlesen. Und das ist die Zusammenfassung von dem Geschehen des Gestern. Erste Nachricht. Wir haben Banksy. Banksy, ne, einen der modernen Straßenkünstler, der hat damit angefangen zumindest. Von ihm ein Kunstwerk aus dem Jahr 2010, also vor mehr als elf Jahren. Er hatte eine Pier von San Francisco, glaube ich, war San Francisco, genau, gemacht. Und das war diese Ratte, ne, die sich aus dem Boden gräbt, ja. Und das wurde später, kurze Zeit später von der Stadt, ne, übergemalt und beziehungsweise entfernt. Und man ging davon aus, dass dieses Kunstwerk für immer verloren ist, ja. Und jetzt haben einige kunstaffine Leute dieses Kunstwerk wieder hergestellt, in Anführungsstrich. Ja, ich gehe davon aus, dass die, ne, irgendwo das wieder aufgetrieben haben und das bei Restaurierung, Restauration, durch Kunstrestauration wieder herstellen ließen, ja. Und das wurde jetzt für, ne, fast eine Million, 700.000, glaube ich, ja. Für 700.000, äh, geschätzt an Wert. Und das ist, ne, diese NFT-Geschichte, ja. Ähm, warum ich sage, NFT hat eine große Zukunft, ja. Das sieht man auch unter anderem da dran, dass diesen Monat Christie mit OpenSea zusammenarbeitet, um eine eigene kurierte Sammlung dort zu verkaufen, ja. Wenn eben solche traditionellen, großen Auktionshäuser anfangen, ne, dort einzusteigen. Wir hatten letztens auch die Nachricht mit Nike, ja. Und, äh, ja. Das ist Banksy. Und hier habe ich leider eine Nachricht, ja, von jemand, die sich nicht wirklich mit der Materie auseinandergesetzt hat. Sie hat hier, ne, das ist die erste Versteigerung von dem Banksy, nämlich, ähm, auch auf dem Auktionshaus, ja, für fast eine Million. Damals war es halbe Million, mittlerweile ist es, ne, mehr. Verglichen mit einer, eine Aktion im Fernsehen, äh, von einem Franzosen, der damals einen 500-Front-Schein im Fernsehen verbrannt hat, ja. Und danach praktisch, ne, den Schein, die meint, das wäre so, als würde man den Schein danach kopieren und einfach signieren, ja. Praktisch ohne wirklichen Sinn und Verstand dahinter nur für Publicity, ja. Und das ist eben, wenn man die Technologie nicht verstanden hat, beziehungsweise den Wert, was diese Technologie mit sich bringt, ja. Diese Eigentumseigenschaft, die, ähm, die, ähm, die definitive, ähm, ne, Uniqueness, also Einzigartigkeit und natürlich die jederzeit nachverfolgbare Seltenheit, ja. Und Echtheit, eine, eine Ware oder ein Gegenstand durch NFT-Technologie, ne, das ist überhaupt nicht damit vergleichbar, ja. So, wir haben Payment Services, ne, hier sprechen wir über, ne, diese großen Payment Services, eben Visa, Mastercard, Amex, wie die alle heißen, ja. Und auch Paypal, Paypal gehört definitiv dazu, ja. Das sind Unternehmen, die haben sehr früh, vor 5, 6 Jahren, schon in der ersten, seit der ersten Welle, glaube ich, haben die begriffen, ja, dass Blockchain vor allem, aber auch Krypto, eine Entwicklung ist, die nicht mehr wegzudenken ist, ne, vielleicht damals noch nicht so intensiv, aber definitiv seit 2016, 17, glaube ich, haben die das begriffen und haben sehr viel Entwicklung und auch, ähm, regulatorische, sag ich mal, Vorsichtsmaßnahmen getroffen, ja, dass die eben heute sehr, sehr viel weiter sind. Ich glaube, das sind mehr oder weniger die Firmen, die am weitesten sind, ja, was die entsprechenden Regulatoren und auch Vorbereitungen für die Massenadaption gewappnet sind, ja. Ja, und ich habe letztens auch darüber berichtet, ne, dass, ich glaube, Paypal oder Visa war das, bieten ja mittlerweile Rück, ne, in der anderen Richtung Banken ihren Services an, was Blockchain und Krypto angeht, ja. Und da kann man sehen, wie langsam die traditionelle Finanzindustrie sind, ja, auch das Aufwachen und, äh, das ist eben, wenn man früh dran ist, ja, und das ist auch, warum ich mich aktuell sehr viel damit beschäftige, seit Anfang des Jahres schon, weil ich, ne, da drin sehe, also noch nicht mal in Krypto und Blockchain, sondern zwar vor allem in NFT, ja, da ist ja, wo ich sehr viel Zeit investiere, wo ich sehe, dass in den nächsten drei, fünf Jahren, dass in fast allen Bereichen unseres Lebens mindestens, ne, seinen Fuß fassen wird. Und, ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben Reddit. Reddit hat letztens, habe ich auch selbst früher berichtet, ne, haben die angefangen, ne, haben die zumindest bekannt gegeben, dass sie eine eigene NFT-Anbindung oder Plattform, sowas in der Art arbeiten, ja. Und auch viele haben vermutet, dass Reddit neben OpenSea und neben, ähm, MetaMask mit einem eigenen Coin oder eigenen Token herauskommen würde, ja, theoretisch. Ich meine, das würde Sinn machen, ne, bei der Anzahl der Benutzer, so viel wie die haben, ja, zum Beispiel über einen Token-Launch oder Airdrop auf die vier Millionen Benutzer, ne, das ist ja dann demokratisiert, praktisch jeder, der die Plattform benutzt, bekommt einen Token, ja. Aber die haben sich natürlich dafür entschieden, über IPO, also den traditionellen Weg zu gehen, über die traditionelle Börse, ne, ähnlich wie Coinbase Anfang des Jahres. Und ich glaube, die werden da sehr, sehr viel Geld einsammeln, ja. Man muss natürlich bedenken, dass ein IPO im Vergleich zu einem Airdrop, ne, wesentlich, sag ich mal, was die Regulatorien angeht, angenehmer ist, ja. Weil ein IDO oder Initial Dex Offering und zwar aus dem Token-Launch birgt natürlich immer die Gefahr, dass, ne, wenn die Regulatoren damit nicht einverstanden sind oder, sag ich mal, den Strich durch die Rechnung ziehen, ja, dass die anhand dessen, was da entsteht, habe ich auch gleich noch Nachrichten für euch da in der Richtung, entsprechend auch alles ändern müssten, ja, was natürlich extrem großer Aufwand ist und vielleicht auch nicht gut für die Community ist. So gesehen hat es schon seine, denke ich mal, Berechtigung, ja, dass die sich dafür entscheiden. So, und hier habe ich auch schon die entsprechende Nachricht für euch, nämlich, dass China, ja, ihr wisst, China hat ja im Mai, als die eben diesmal tatsächlich die Miner aus dem Land gekickt haben und auch Kryptowährung verboten haben, ja, das haben die, für alle, die nicht wissen, schon 2013 gemacht, 15, 17, 19, ja, im Fall jährlich wiederholt, ja, dass Mining verboten ist und so weiter, aber im chinesischen politischen System ist es natürlich so, dass von oben, was nach unten bekannt gegeben wird, ja, und es liegt im Ermessen der Provinzen, ne, der einzelnen, sag ich mal, Staaten in China, inwiefern die diese Regulatoren oder Vorgaben umsetzen, ja, und dieses Jahr ist natürlich, ne, ich glaube, 17, 70 oder 80, 70, 80. Jahrestag, ne, der chinesische Partei, kommunistische Partei und die haben jetzt gesagt, okay, jetzt hauen wir richtig, ne, eins auf den Deckel und sehen auch zu, dass wirklich alle Provinzen dieser, dieser Befehl von oben Folge leisten, ja, und entsprechend ist natürlich der gesamte Markt ziemlich eingestürzt, um 50%, ja, wie ihr wisst, auch das Mining-Kapazität, ja, ist kurzzeitig sehr stark eingebrochen, mittlerweile sind wir wieder am All-Time-High, was die Bitcoin-Mining-Kapazität angeht, aber in dieser Nachricht geht es halt darum, ja, dass eine Firma, ne, das sind einfach zwei Firmen, die einen Vertrag miteinander hatten, ja, die eine Firma hat Mining-Maschinen gekauft, hat gesagt, hey, ne, hier kriegt ihr drei Millionen von uns, baut bitte die Mining-Maschinen auf und minnt für uns die Bitcoins, ja, und die andere Firma hat gesagt, okay, machen wir, ja, und jetzt kommt, ne, diese politische Entscheidung, Gesetzesgebung und darf man natürlich nicht mehr machen, ja, und die eine Firma sagt, hey, die andere haben, ne, den Vertrag nicht erfüllt, aus welchem Grund ist, interessiert uns nicht, wir brauchen unser Geld zurück, ja, oder zumindest das, was sie uns schulden, und die haben vor Gericht verloren, weil das Gericht hat gesagt, naja, gut, aus aktuellem Stand gesehen ist euer Vertrag, auch wenn es von damals ist, nichtig, ja, weil es enthält eben Krypto und das ist verboten in diesem Land, also habt ihr ja keinen Vertrag miteinander. Das ist auch, warum, ähm, ich sage, Bitcoin ist eigentlich eine Industrie, die sich selbst der Umgebung anpasst, ja, weil die, die großen Bitcoin-Mining-Firmen, ja, die sind nicht, ne, die gehen erstens dorthin, wo der Strom am günstigsten ist und zweitens natürlich, wo die Regulatorien am besten sind und der Umstand eben, ne, dieser gesetzlichen Umstand der Regulatorien und so eben am stabilsten ist, ja, also zum Beispiel in ein kleines Land, wie, wie, keine Ahnung, ja, ähm, äh, hinter, hinter Myanmar oder, ne, so was riskanten Bereich würden die ja gar nicht hingehen, auch wenn, sag ich mal, da dort der Strom günstig ist, ne, weil du weißt nicht, wer von heute auf morgen zum neuen, ne, Herrscher, in Anführungsstrich wird und wie die Regulatorien aussehen werden, ja. So, wir haben Bank of America, ne, hat einen Bericht veröffentlicht, wo drin die sagen, ja, Avalanche ist eine Blockchain, die tatsächlich Ethereum Konkurrenz machen könnte, ja, von der Schnelligkeit her und von der, äh, Finality, also praktisch, weil eine Transaktion finalisiert ist, ja, und, äh, dieser Bericht, ne, guckt euch mal an, ist vom 10. Dezember veröffentlicht, ja, und jetzt überlegt euch, ne, die, dieser, der, der Artikel, ja, geht da drum, dass, nachdem dieser Bericht jetzt veröffentlicht ist, hat Avalanche diesen Sprung gemacht, ja, aber wenn ihr euch den Kurs von Avalanche macht, der hat genauso den Dip wie alle anderen gemacht, bis gestern Abend und seit gestern Abend hat die halt einen extremen Sprung gemacht, ne, und dieser Artikel ist heute, ne, gestern erschienen, ja, und jetzt kann man, kann man sich natürlich fragen, erstens, ja, was hat, sag ich mal, die Aussage einer Bank, die noch nicht mal die größte Bank der USA ist, oder was sollte sie für eine Auswirkung auf den Kryptomarkt haben? Ja, aus meiner Meinung gar nichts, ja, der erster Punkt. Der zweite Punkt, wenn das wirklich diese Auswirkung hätte auf dem Markt, warum haben die das dann nicht vor drei oder vier Tagen veröffentlicht, ne, wo der Artikel, wo dieser Bericht publiziert worden ist, sondern erst heute, ja, oder, sag ich mal, gestern Nacht, ne, und das ist, was ich sage, ja, im Hintergrund, ihr wisst nicht, wer im Hintergrund wurschtelt, ja, das sind immer Leute im Hintergrund, die am Wurschteln sind, die günstiger einsteigen wollen, oder die teurer aussteigen wollen und den Markt, ja, in Führungstrich manipulieren, ne, man kann jetzt ja gar keine Manipulation mehr davon sprechen, weil das einfach Alltag ist, ja, und deswegen, wenn ihr Krypto handeln wollt, ne, oder investieren wollt, macht euch klar, wir sind hier in einem unregulierten Markt, ja, und es können eben Kursbewegungen von 20% oder mehr an einem Tag auftreten, ja. So, wir haben in Großbritannien, in Großbritannien muss man natürlich, ähm, den, den Hut davor nehmen, ja, es sind eine der Länder, die ihren Verbraucher am besten schützen, ja, und zwar haben die das jetzt auch jetzt wieder gemacht, die haben die Werbung verboten von Papa John's Pizza, von Coinbase, Itoro und so weiter und so fort, das sind alles namhafte Unternehmen, ne, im Internet, Papa John's Pizza vor allem, ja, bestimmt, äh, definitiv, ne, das ist wie bei uns, äh, Losteria oder so, ja. Und jetzt fragt ihr euch mal, ne, also wenn der Staat, sag ich mal, die Regulatoren, ne, wirklich, wirklich das Beste der, der Konsumer, der Verbraucher im Sinn hätte und die schützen wollten, warum überlassen die das nicht den Konsumer selbst, ne, an der Stelle, ich meine, es müsste doch, es ist doch ganz klar oder logisch, ja, dass ein Service-Dienstleister, Coinbase, Papa John, ich meine, warum würde Papa John euch eine Pizza verkaufen, die nicht schmeckt, ja, oder euch, sag ich mal, abzocken, würden die euch dann nicht als Kunde verlieren oder glaubt ihr, es sind so viele Leute, die da drauf stehen, abgezockt zu werden, Coinbase, Itoro, ja, ich meine, die investieren Millionen, Milliarden darin, für die, für die Sicherheit und für alles Mögliche, ja, und dann aber zu sagen, okay, diese, diese Firmen, die haben nicht das Beste der Konsumer im Sinne, denn das ist ein gefährliches Gebiet, wo die die Verbraucher hineinlassen, ja, das müssen wir auf jeden Fall verbieten, ähm, ja, also ich kann euch garantieren, das wird nicht lange dauern, vielleicht ein Jahr, vielleicht zwei Jahre, vielleicht drei Jahre, dann werden diese Firmen wieder auch alle, ne, Werbung legalisiert sein und, äh, das ist einfach so, ja, ja, weil diese Firmen, die sind nicht da drauf angewiesen, ja, dass die in Großbritannien Werbung machen, die wandern einfach ins Ausland und ihr wisst ja, wie das Internet funktioniert, ne, aber ich meine, das englische Internet ist natürlich ganz besonders sicher, ja, im Vergleich zu dem Deutschen. So, Solana, Solana war in den letzten Tagen, ich glaube, entweder was gestern oder vorgestern, hatte ich auch schon Nachricht gehabt für die, die sind natürlich sehr intensiv, ne, das habe ich, das war auch meine Meinung, dass Solana in den nächsten Jahren definitiv, was, ähm, Gaming angeht, dieses Play-to-Earn und auch NFT-Gaming ziemlich groß sein wird, ja, weil die einfach aufgrund der niedrigen Transaktionsgebühren und der hohen Durchsatz, also hohen, ähm, Skalierbarkeit, dafür eben perfekt geschaffen ist, ja, und das, es gibt auch sehr viele Großprojekte, unter anderem zum Beispiel auch das Star Atlas, was auf, ähm, FTX gelauncht worden ist und mittlerweile ist ja auch Solana, ne, FTX, Almeda Research stecken ja hinter Solana und, äh, die haben jetzt zum wiederholten Mal schon wieder neun Fonds gelauncht zusammen, in Zusammenarbeit mit, ähm, Forte und Griffin Gaming, ja, diesmal zielt es da drauf eben, ne, Blockchain Gaming und eben alles in der Richtung zu fördern, ja, und das ist eben das Typische, wenn neue Blockchains, ähm, Level Layer 1 Alternative zum Ethereum gelauncht sind, ja, und, äh, eben Kapital anlocken wollen, ne, dann stellen die eben diese Incentive zur Verfügung, diese Töpfe mit Geld, ja, dass eben die Entwickler da hinkommen, ja, erstens natürlich, ne, wo Geld verdient werden kann, da geht man automatisch hin, ja, das ist der Punkt und der zweite ist natürlich eben um auch solche, äh, neue Projekte, die, um, ähm, ähm, na, beim Launch zu unterstützen, ja, typischerweise über ein Launchpad oder sowas in der Art, ja, weil die Liquidität, wenn die eben noch nicht da sind, muss die eben entweder von der Chain, ne, indem die Chain, die backt, zur Verfügung gestellt werden oder eben, wenn genug, sag ich mal, ja, Publicity für die Projekte gemacht wird, dass genug Leute, kleine Anleger reinkommen, ja. Also, Solana sollte man definitiv im Auge behalten für den Gaming-Bereich. Wir haben NFT und Musik, NFT ist, ne, wie ich, wenn ich immer sage, in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren eins der, der größten Entwicklungen, was in allen Bereichen des Lebens hineingehen wird, und diese, ähm, diese Plattform, die heißt Sound, ja, die will eben die nächsten Stars in der Größe von Billie Eilish, ich bin zwar kein Fan oder, sag ich mal, kenne mich da nicht wirklich aus mit dem, aber den Namen kennt man, ja, und die wollen halt den Musiker, ne, ermöglichen, auch direkten Kontakt oder mehr Draht zu den Fans zu bekommen, über deren Plattform, ja, dass die Musiker ohne praktisch den technischen Verständnis über diese NFT-Schiene ihren NFTs launchen können und besondere, special NFTs für besondere Fans und so weiter machen können. Und das ist auch, was ich sage, ne, wenn ihr, sorry, selbst Creator seid, egal in welchem Bereich, ja, Musik, Kunst, ähm, Film, was auch immer, ja, auch so ein Business, ne, NFT ist eine, eine der Möglichkeiten, wo ich sage, lasst das nicht aus den Augen, ja, damit könnt ihr tatsächlich, wenn ihr wollt, dass Leute, ne, euch nicht nur für einen momentanen Aufnahmen, also für ein Projekt, sondern für langfristig, ne, langfristige Kundenbindung oder langfristige Fanbase aufbauen, da ist NFT das perfekte Werkzeug, ja. So, wir haben Michael Jordan, ne, ähm, geht mit seinen Sohnen zusammen, haben die auf der Solana-Plattform, ähm, eine eigene Webseite namens Air gelauncht, ja. Und das ist auch typischerweise, ich, ich denke, da wird in den nächsten Jahren, oder zumindest nächstes Jahr schon, noch einiges in der Richtung kommen, ne. Und die wollen eben damit anderen Athleten oder Sportler ermöglichen, auch, ne, typischerweise über ein NFT mehr Fanbase, mehr Draht zu den, ähm, zu den, ähm, Publikum und so weiter aufzubauen, ja. Das ist einfach eine, eine riesige Industrie, ganz, ganz weit am Anfang. Momentan wird NFT fast ausschließlich für PFP, also für Profile Pictures und für Kunst benutzt, ne, aber NFT hat eben einen extrem großen Anwendungsbereich, ja. So, wir haben Whitney Houston NFT, ja, ein seltener, oder zumindest so behauptet, bislang nie ausgestrahlten, ähm, Einzelaufnahme von Whitney Houston, ein Track, ja, plus zusätzlichen Bonis dazu, Bilder und sowas aus den früheren Jahren von Whitney Houston, wurde jetzt versteigert für, für, wie viel, für, eine Million, ja, fast eine Million, ganz knapp, ja. Für 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, das ist ja mal lustig. Also, NFT, ja, wir haben Binance, ne, Binance, ähm, Singapur ist eigentlich aus meiner Meinung ursprünglich, beziehungsweise jetzt immer noch eines der Zentren für Krypto, ja. Die haben schon sehr früh entsprechende Regulatorien, Regularien bereitgestellt und auch, äh, das sind sehr viele Startups im Bereich Krypto und zwar auch, ne, diese deutsche, äh, Chain, von dem deutschen, ähm, geführten, äh, diese DeFi-Chain, ist ja, das war ja auch in Singapur. Und Binance hat sich dafür jetzt entschieden, ihren Antrag bei der Singapur, ähm, Behörden zurückzuziehen, ja, diesen Antrag auf, auf Lizenz. Und das kann ich euch sagen, warum, ne, die sagen, ja, ne, die reden viel drumherum, wie Papo, aber da steht nicht wirklich drin, warum die den Antrag zurückgezogen haben, ja. Und das kann ich euch einfach sagen, das ist meine Meinung, ja, das ist einfach wegen des Geldes, ne, und, ähm, ich meine, wenn die wirklich den Regularien entsprechen, ja, haben die keine, keine, äh, wirkliche Gefahr oder Risiken, dort in Singapur eine Lizenz zu bekommen, ja, und es dort zu betreiben. Es geht um eine Headquarter, ne, also nicht um eine Filiale. Und ihr müsst, ne, einfach im Hinterkopf behalten, Binance ist die größte Plattform weltweit, ja, und die machen Millionen, zig Millionen am Tag, allein durch die, durch das Trading-Fees und so weiter, ja, und die werden sich sicherlich einen Platz aussuchen, ne, wo die eben steuerlich eben am allergünstigsten ist, ne, und ich, ich vermute, dass die wahrscheinlich dazu tendieren werden, irgendwo im mittleren Osten sich niederzulassen, ja, der Cansao, äh, CC, äh, Chao-Zen, Cansao-Zen, irgendwie heißt der, eigentlich müsste ich den Namen kennen, der ist ja mein Landsmann, ähm, ja, der hat ja zum Beispiel auch selbst, ne, im mittleren Osten schon sein, äh, sein neues Unternehmen dort, äh, niedergelassen und, äh, wir werden sehen, wo die letztendlich herunterkommen, ja, aus dem praktisch nicht vorhandenen, ne, Binance Wire wurde ja oft dafür kritisiert, dass die sich nur im Internet befinden und kein Headquarter haben, das ist ja auch warum, ne, viele Länder sich da zusammen, äh, nicht zusammen, aber, ne, einzeln nacheinander dazu entschlossen haben, Binance rauszukicken, weil die eben nirgendwo anfassbar, anfassbar, ne, ohne Büro, ohne Residenz und so weiter und da gehen die jetzt, ne, schlagen die den entgegengesetzten Richtung ein, lassen überall ihre Niederlassungen runter und natürlich auch einen Headquarter müssen die ja irgendwo niederlassen, ne. So, wir haben Korea, ja, ein südkoreanisches Unternehmen oder Konzern, äh, unterstützt von, von der, wie heißt die, da, Dunamo, ja, ähm, die haben jetzt in der zweiten Runde, als Serie B, ne, 300, auf 300 Millionen geschätzt und 60 Millionen an Funding eingesammelt, also an Investorengeld, ja, und was die machen, ist einfach Krypto, ja, Krypto-Börsen, Krypto-Handel und Blockchain as a Service, ne, das heißt Service Provider und genau solche Service Provider, ja, die werden in den nächsten Jahren noch, noch sehr viele davon, ähm, aus dem Boden poppen, wenn ihr einfach ins, äh, ins Google oder bei, ähm, wie heißt das, ähm, StepStone oder so, ne, äh, eingibt, äh, zum Beispiel Solidity-Entwickler, ja, oder Blockchain-Entwickler, da gibt es so viele Stellen, die extrem gut bezahlt sind, ja, vor allem, ich empfehle es auch jedem Informatiker, den ich treffe, ne, den ich kenne, die sagt, hey, wenn ihr noch nicht, noch nicht kennt, ja, arbeitet euch in Solidity ein, da kriegt ihr die Traumjobs auf der Welt, ja, ja, wir haben Shiba Inu, ne, Shiba Inu war Anfang des Jahres, ähm, als ich meinen Kanal aufgemacht habe und auch drüber gesprochen habe, war eines der Projekte, wo ich gesagt habe, das ist kein Nix, ne, das ist einfach zu viel Meme, ja, und das ist zu wenig Substanz und die haben mich tatsächlich überrascht mit ihrer Entwicklung, was die bis heute alles durchgeführt haben und wo ich auch jetzt, ne, tatsächlich auch vor einiger Zeit gesagt habe, okay, ich habe meine Meinung geändert, ja, die haben mich davon überzeugt, dass es, dass sie tatsächlich was umsetzen wollen und auch wirklich was vorhaben, ja, anhand dessen, was sie bislang gemacht haben und die haben ja jetzt nach und nach auf sehr viele, ähm, Exchanges ihren Token bekommen, ne, also gelistet bekommen und entsprechend bewegt sich der Kurs, ja, und ich meine, das ist extrem schlau von Dingen gemacht, ne, weil man muss überlegen, Shiba Inu ist ein Token auf der Ethereum Blockchain, ja, im Gegensatz zu Dogecoin, Dogecoin ist ja eine eigene Chain, ne, Dogecoin ist ja eine abgeguckterte Version von, ich glaube, Litecoin oder irgendeinem Derivat davon, ja, ist aber eine eigene Chain, ne, und Doge hat das natürlich das Problem, wer einen Exchange Doge anbinden will, brauchen die natürlich einen eigenen Bridge dazu, ja, das heißt, die müssen da im Hintergrund entsprechend, ne, Programmierarbeiten und so weiter leisten, ja, wobei Shiba Inu, wenn es so als Token ist, ist es nichts anderes als jeder andere Token auf der Ethereum Blockchain, ja, wenn eine Exchange sowieso Anbindung zu Ethereum hat, müssen die jetzt für Shiba Inu nicht extra noch Infrastruktur bereitstellen, das ist alles praktisch nur so ein Fingerschnipsen und da haben die Shiba Inu auch in ihren, ne, Listings drin. Und das ist, ähm, der Vorteil, großer Vorteil von Shiba und, ähm, von ihrem Versprechen, die haben ja, ne, das ist ja deren praktisches Ziel, eben den Dogekiller zu werden, ja, eben Dogecoin komplett abzulösen als die Meme-Coin schlechthin, ne, und, äh, wir werden sehen, wohin die Reise geht. Und wir haben da ein letztes, äh, App, ne, eine Carlo-App heißt die, Carlo kommt von Kalorien, ich habe auch erst ein bisschen überlegen, wieso heißen die Carlo, ja, es geht um eine Gesundheit-App, ja, die die Leute dazu anspornen sollen, Sport zu treiben, sich zu bewegen und sich gesünder zu ernähren, ja, ich meine, die Idee ist gut, ja, und vor allem, die haben sich überlegt, ein Token rauszubringen, was an der verbrannten Fettmenge, ne, also an Sportmenge praktisch und an dem, an die Nahrung, die du zu dir nimmst, gekupfert ist, gekoppelt ist, ja, praktisch, ne, wenn du Nahrung zu dir nimmst oder bestimmte Sachen und das eingibst in die App, dann passiert das, dann kriegst du vielleicht Token oder kriegst du Token verbrannt und wenn du Sport machst, kriegst du andere Token, ne, so eine Game-Fight-Hairs-App nennt sich das, ja, wir werden sehen und, äh, ich fand es schade, dass die das nur auf der Token-Basis gemacht haben, ich meine, ich hätte da mir zumindest überlegt, ne, in der Richtung NFTs was zu machen, ja, und, ähm, aber ja, ne, so lässt sich auch, ähm, Coins oder Apps bauen, das war's für heute auch schon, tatsächlich, ja, wir haben eine, eine mini, mini, mini mal Rückgang seit dem großen Anstieg, ja, aus dem Dump und wir werden sehen, wohin die Reise geht, mein Name ist G aus dem Crypto Café, ciao, ciao.